So meine Damen und Herren, was haben wir wieder? Nach einer längeren Pause bin ich wieder zurück bei SNC's Greed Odyssey. Da drüben haben wir was markiert noch. Okay, dann schauen wir da drüber. Ja, wir müssen kurz schauen. Okay, und los geht's. Mit unseren schönen Cassandra. Hier freut sich keiner mich zu sehen. Ja, ich freue mich schon dich hier wieder zu sehen. So, was haben wir da? Ein Schreiber, ein Grab. Aha. Ist hier was? Ne. Da oben ist ein Tager. Das könnte man vorher ausnehmen. Wenn es sich schon anbietet, ne? Mal los da, Herr Cassandra. Okay. Waren wir hier etwa schon? Ja. Irgendwie sagt Cassandra Null. Na gut. Gehen wir wieder dorthin. So. Na ja. Wo ist das, ne? Und sonst alles klar bei euch? Wird mich freuen, wenn ihr jetzt mal ein paar Gondalen da lassen würdet. So. So. Wär echt super, ne? Nicht immer diese einseitige Berichterstattung machen. So, genau. So. Was ist denn los? Da wo ist ich? Ja, was ist denn? Was? Nein! Mach das aus! Was soll das? Suck. 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 Hoppana. So. Was will er? So. Danke. Na komm mal ran da. Hey, 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 hey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So. 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 Haben wir es jetzt. Na ja, so. Wir haben mal Blüten. Dann ist mal nacker. So. Aufheben. Nein. Äh. Wo war der Wolf? Kopf. Kopf hoch. Wir haben ja mehrere Riesenbringer. Wir wissen ja. Da war recht irgendwo versteckt. So warte ich. Okay. Die Schatzkarte. Komme. Komme. Dann gönnen wir uns gleich das Pferdchen, ne? Und dann... Okay. Hoppana. Oh. Los, geh. Der entdeckte Anführer haben wir da gefunden. Komm schon. Okay. So. Los. Salzbanditen. Okay. Okay. Hoppana. Er hat da müssen niesen. Okay. Sind irgendwelche speziellen Dinger da? Wie schaut es denn mit ihm aus? So. Blauer, little prächtig. Ein epischer dabei. Okay. Ja. Ja. Reisen wir da noch drüben. Ja. Ich glaub das war's, ne? Da passiert nicht mehr viel. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht... Ach! Mein Gott! Ah! 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 Oh boy! Ah! 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 Ohpala! Findest du dich deiner Kassandra? Ah! Ah! Ausgeweitet Ob man was episches kriegt Da hat er was einstecken, ne So Ne Mal nach oben klettern So Hoppala Was haben wir da drin Okay Wolfsfiller Ist nicht so besonders jetzt Oben noch was Ah Da war was episches Okay Und somit haben wir die Salzbanditen wieder tätig, ne So Wird so gut Hm Ist nach oben Da ist nichts, ne So Ähm Mit einem Test Diese Male Press Und dann weiter Da Ich höre immer was Aber das sehe ich nichts Komischerweise Kein Glück auf dieser Reise So Okay Da ist nichts Dann kriegen wir nichts So So Da haben wir was Was ist denn hier So Eine kleine Schatzkammer sein Oder Stoßzähne Eine Welttarrah oder so ne Da ist auch nix. Gut. War das? So. Dann. Dann könnten wir... Hm. 23, 23, 3, 3, 3, 23. Ah. Das ist rot, ne? Rotes Gebiet. Was ist das da? Nach dem Krieg. Das könnte man machen. Aber ich würde noch die Quest machen. Wir nehmen ja alles mit, ne? Probieren, halt so möglich, alles mit uns zu nehmen. So. Hop, hop, hopp. 500 Meter. Okay. Ein... Oh. Hui. Was? 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 Da war doch was, ne? Ich weiß, das zieht meine Arme an. Oje. Ich würde nie aufhören. Es wird kein Ende nehmen, wenn niemand etwas unternimmt. Es muss eine Möglichkeit geben, sie von hier zu vertreiben. Nimm ihnen Waffen und Nahrung weg. Vielleicht sogar die Schiffe. Ich bezahle dich. Dann muss ich die Flotte der Athena versenken? Ganz genau. Oje. Ich helfe dir. Du hast mein Wort. Danke. Du wirst reich belohnt werden. Die Götter seien mit dir. Danke. So. Er ist single. Er ist single. So. Ähm. Ist irgendwas in der Ende? So. Hey. Wir müssen echt wieder mit Schiffe besser machen, glaube ich. Das ist hier nice. Wenn wir hier eigentlich unser Schiff holen, oder wie den Hafen da. Ich glaube fast nicht, oder? Na. Na. Äh. Wie geht denn das schnell? Na. Das geht, glaube ich, nicht. Leider sagt der Schneider, ne? Wir haben ja eine Aufgabe hier. Alles senkrecht, die Jungs. Ich finde es super, dass ich spiele irgendwie. Es hat was. Militärlager. So. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Militärlager. Okay, der schaut schon interessant aus. So. Ah, ist doch nur ein kleines Lager. Hm. Geist, lange, mich zu befreien. Okay. Na ja. Natürlich ein großartiges. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ähm. Gut, aber kann man nicht meditieren? Ist das schon gar nicht? Okay. Schnee. Ah. So. Und es wäre die Nacht. Zapp, zapp, zapp. Und es sind schon wieder drei Leute, die schlafen. Braucht du Licht mehr? Ja. Brauche ich nicht. Zack. Wir haben auch ein Schild. Na. Ja. Ja. Oh. Ja. 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 Hoppala. Hoppala. Hey, 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 ganz ruhig. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja, dann bleibst du ja da, ne? Ja, warte mal. Muss ich was machen, ne? Mal mal checken, was du für einer bist. Ein normaler. Ja, Kollege, du hast verloren, ne? Kann ich dich nicht gebrauchen. Warum leid? Warum leid? Warum leid? Sieh der Zug. Watz, watz. Komm her. So, durchsuchen. Hoppala, was du da bist du her? Komm her da. Komm her da. Hoppala. Das ist ja eine tolle Merge. So. Komm her da. Ja. Was ist das los? Da. Der hat nichts, der hat nichts. Du hast ja auch nichts. Ein bisschen schleichen. Oh. Ew. Oh. Da 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 da. Hohe. Ah. Haaaah! Komm mit da! Lass uns auf! Lass uns auf! Ei, ei, ei! Schöne, Stingen! Hä? Die sind die Kopfkälte, die gerade. Wollt ihr mal wissen, ne? Ah, das ist ungefähr. So. Mal ran da. Was ist das geklappt? Habt ihr nicht verstanden? So. Das ist unser schönes Zeug für mich. Danke. So. Genau, Arbeit vor mir. Muss dann eine Blinderparty machen. So. Schön. Lassen wir den Löwen auch raus? Ja, kommen wir noch raus. Die sind ja die, Lieb, ne? Da. 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 Schien. Rafter. Ab. Gehört. Guck. Schön hinstellen wieder. So. Pokémon ist das. So. Nichts. 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 Da, weiter, weiter. So. Und abgeschlossen. Oder? Sehr schön. Ähm. Pazifist. Müssen wir Schiffe zerstören, aber... Kater. Wo ist unser Schiffchen? Wo ist unser Schiff eigentlich? Hä? Das Gebiet haben wir abgegrast. Alles. Okay. Wir könnten ja... Wir werden auch... Ja. Wir werden da... Diese Insel... An uns reißen, denk ich mir. Die auch. So. Dann kämpfen wir uns da langsam um... Ohren, ne? Denk ich mir. Aber wo ist unser Schiff jetzt? Wirklich? Äh. Ah, hier. Aua. Das wollte ich jetzt nicht. Tschuldigung. So. Gehen wir mal raus da. So. Karte. Dann. Da kann ich mich nicht bewegen jetzt so. Bitte, hallo. Ist der Akku leer worden? Kann doch nicht sein. Ich bin doch nicht aus der Frisch Schneiderlein. Schnellreise geht nicht. Haben wir hier keinen Wegpunkt gesetzt oder was? Hä? Wie geht das? Das ist jetzt natürlich blöd, ne? Wo sind wir? Hier. Okay. Schauen wir mal was mit angebieten, ne? Müssen wir halt da lang. Wo sind wir da richtig? Was ist denn mal richtig? Okay. Los, Ella. Schauen wir mal, wo die Straße hier uns hinführt. Oh je. Wir wollen keinen Stress mit den Typen, ne? Der klatscht uns sicher weg. So. Na hier haben wir auch Geldes geklärt schon. Komm schon. Ja verdammt, was macht man jetzt? Wieso, habe ich hier gar nichts? Egal. Oh. Ich würde sagen, ne? Wie wir reisen dort hin nochmal, ne? So. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao.